willkommen zurück bei l.a.noir ich muss immer sehen was ich am anfang sage und ich weiß nicht verstanden wer mit dem auto drauf können ja noch mal gucken hier ich glaube das ist jetzt nichts mehr nehmen wir fahren jetzt wir fahren jetzt einfach los das bringt jetzt nichts wenn wir jetzt hier die ganze zeit was absuchen die musik ist ja noch an aber es bringt jetzt nichts wenigstens schauen aufgaben ja hier steht alles so da intuition gut hier ist jetzt ja die musik ist ich verstehe nicht aber wenn wir schon ein bisschen was abgesucht bisschen was gut dann fahren wir eben woanders hin ich glaube das wichtigste haben wir sowieso so weg wir müssen zum einsatzort schnellstmöglich zum einsatzort wo haben wir gestriffen das fahrverhalten vom auto ist nicht gerade das beste aber es geht wir rennt einer weg so die leute sind in panik wenn wir hier mit blaulicht vorbei also sirene vorbeifahren bleibt ist dann wenn wir ja noch nicht und hiervon sind wir dann auch schon da es passiert nun ein ladebildschirm ein schwarzer jetzt nicht mehr waffen laden igelsen zwei uhr sechsunddreißig am abend officers what can i do you for officers phelps and dunn sir wilshire division we need you to trace a serial number sure what's the make and model fn browning model 1922 the serial number is 01138 you don't say well i didn't sell it europeans love them but it's pretty rare you find one over here although i did have one in here a couple weeks back remember the owner yeah calou edgar calou was his name thinko truck had never been fired but he brought it in here for cleaning anyway and he bought a box of cartridges and he left you know where we can find mr calou told me he was on his lunch break said he worked at heartbills jewelry store just up on broadway thanks for your help so die mordwaffe gewartet und jetzt mal sehen hier gibt es ja nichts zu untersuchen mehr ich bin gespannt also ja wo fahren wir jetzt hin urte und zum juwelier geschäft natürlich als ziel festlegen natürlich mit blaulicht wieder ganz wichtig dann können wir wenigstens auch rasen weißt du dann haben wir dafür einen grund denn wir müssen ja schnellstmöglich zum den fall lösen wo ich das erste mal das gespielt habe dann bin ich immer so sachte mit den autos gefahren und habe dann immer mich an die straßenverkehrsregeln gehalten ja eine neue uhr scheiße so ein schwein ja hallo scheiße fuck bleib stehen du schwein bleib stehen du schwein so so da hätten wir ihn da freut er sich hehehe 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 beweise so was hier haben ja fn borrowing pistole mutwafel gewartet was scheiße scheiße also ich wollte ja natürlich die zwischenfrequenz ja nicht vorenthalten wenn ich das jetzt richtig hätte ne also ja scheiße streit mit er hat nichts mit dir zu tun oder was so wir müssen jetzt mal alles reingucken schießerei auf offener straße mit tödlichen ausgang ein männliches opfer leere patronen hülsen kaliber 32 insgesamt fünf stück auf dem gehsteig ratenzahlungsbeleg beleg für perlenohrringe ausgestellt von bank of arcadia an c caletta genau so ladenangestellte sagt dass kello eva gage nach einem hinzigen streit erschossen hat mögliches religiöses motiv die This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalou. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalou? I don't know what you're talking about. You're lying, Kalou. I think you lent Gage money and he owed you payment. I don't know what you're talking about. Könnte das die Radenzahlung sein? Was, was? Scheiße, nein! Ja, fuck. Jetzt waren wir wieder zusammengeschissen, hier. Ja, kennen wir ja schon alles. Das ist immer schwer zu beobachten, du musst ja den so angucken. Dann musst du ja schnell noch lesen, was dann unten steht. Also wenn du jetzt kein Englisch richtig kannst. Ja, das kennen wir ja schon hier mit der verdächtigen Person. Ja, das ist nicht so angucken. Du bist auf die Frau? Du denkst du siehst, dass sie in die Frau stehen? Du gehst in die Gage, Edgar. Du gehst in die Gage, Edgar. Das Jew hat ihn, fuck, kann ich mir alleine. Ich hatte eine Verkauf, die Frau war bereit. Das Jew war bereit. Wir ändern die Beobachtung. Du gehst für Yom Kippur, Mr. Kalou? Ja, wir ändern die Beobachtung. Du gehst, motherfucker. Wie geht's mit Baseball? Du bist nicht verweigst du ein Jew, Mr. Kalou. Das ist Amerika, das ist nicht Deutschland. Das ist kein Krieg. Manche Leute lieben nicht Jew, Mr. Kalou. Ja, und ich glaube, du bist einer von ihnen. Gage liebte Jew, nicht wahr, Mr. Kalou? Ich weiß nicht, was du sprachst. Das ist der Lied, Kalou. Ich denke, Dylan hat Geld und er dir Geld verdient. Ich weiß nicht, was du sprachst. Schießerei. Auf offener Straße mit tödlichem Ausgang. Äh, Patronenhülsen. Radenzahlung. Verdächtige Person, das kennen wir ja schon. Rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalou und Kate. Was falsch? Ich meine, das ging doch gerade hier darum, oder? Ich muss meine Mache abzuhalten und schaue dich in Zirkeln. Wir sind fertig. Ja, ja, genau, doch schon scheiße. Verdammt. Das ist echt peinlich. Ja, es tut mir echt leid. Geh' zurück in da und rauf! Ich geh' schon wieder rein, ja. Du folgst Everett Gage und die Mädchen zurück in die Schuhstelle. Aber fünf Runden und Gage ist zurück. Gage war ein... Ich hab' schon gedacht, das mache ich schon öfters falsch jetzt. Ja. Ja. Der lügt doch, das haben wir doch. Wir können dich in die Szene. Doch, ich kann Beweis denn. Jung. Ja. So. Das kennen wir ja. Das wissen wir ja schon. Du denkst, ich hörte, dass sie in der Kirche geschehen wird? Du gehst in die Gaschamber, Edgar. Das Juh-hütte... Du kannst mich nicht alleine lassen. Ich hatte eine Verkauf. Die Juh war bereit, um zu kaufen. Lasst uns das Thema ändern. Hast du für Yom Kippur gefeiert, Herr Kullu? Ja, lasst uns das Thema ändern. Du gehst, du gehst. Wie geht's? Was ist denn mit dem Baseball? Du hast nicht den Juh, Herr Kullu? Das ist Amerika. Das ist nicht Deutschland. Das ist kein Krieg. Einige Leute lieben nicht Juh, Herr Kullu. Ja, und ich glaube, du bist einer davon. Gage lief Juh, nicht wahr, Herr Kullu? Ich weiß nicht, was du sagst. Entweder anzweifeln oder lügen. Äh, Lüge. Hm. Hier ist ja nichts wirkliches dabei. Ah, 1-2-4. Ah, 1-2-5. Ich hoffe, dass für deine Worte die Juristin kommen kann, um in der 2. Degree zu verabschieden. May Gott auf dich verabschieden, Herr. Ja. Fertig gemacht, Officer Phelps. Es ist nur Officer Phelps, nicht wahr? Ja, Herr. Dann lass mich ein Wort mit dem Chief der Polizei, Junge Phelps. Das Department braucht Helden. Ein schweißer, ehrliches Gesicht, das das Publikum anzunehmen kann. Ich empfehle einen Mann mit deinem Talent für unvermütige Justiz. Zurück zu deinen Däuten für jetzt, Boyle. Aber hier ist ein Stück von Geheimnis. Schau dir selbst 2 Stücke, schau sie gepresst. Du brauchst sie. Das riecht nach Beförderung. Oh, das stinkt aber. Uiuiui. Polizeischule. Streifendienst abgeschlossen. A, Drücke A. Zum Schließen. Du hast dich... Achso, du hast... Du hast dir für deine Leistungen eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Los Angeles Police Department. Tauglichkeitsbericht des Officers. Gut. Also wir hatten gezeigt. Solide Ermittlungsmethodik. Befähigung an der Dienstwaffe. Höchste psychische Leistungsstärke. Ausgeprägte Verhörinstinkte. Gut. Das ist sehr, sehr gut. Der Fahrersitz. Der Fahrersitz. Er ist ein Institution. So das ist was all das Fuss ist über. Warum können sie nicht gebaut eine freie Weg das geht past mein Platz? Sie haben noch nicht verabschiedet. Der Bund ist ja nicht bis December. Es wird lange bevor das passieren wird. Hier ist dein neues Partner. Stefan Berkowski. Ich habe gehört alles über dich, Phelps. Du gehst einfach auf mich und lass mich earnig die falsche Citation und vielleicht werden wir gut. Ich bin hier zu lernen, Detective. Oh, das ist ein Intense, ist er, Mel? Wo ist das Intense? Der newly minted Detektiv hier. Cole Phelps. Hi Phelps. Ich werde dir einen Augenblick auf dich. Ich könnte ein bisschen Zeit in der Reflexion des Glorien und machen die Veränderung von Busten-Hookern und Dope-Fienden. Wer war das, Commander? Roy Earle. Der Chef Detektiv und Ed Weiss. Sie sind alle wie Movie-Stars? Roy ist ein Movie-Stars. Und der ganze Zeit des L.A. ist sein Publikum. Was soll das sein? Was soll das sein? Stick mit mir, kid. Du findest. Und jetzt ein Haus-Kieping. Warm, Central Division. Willkommen für Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He ist der Mann, der Verlust der Verlust-Jewelrie-Store-Murde. Stand up und bow, Phelps. Wenn es alles gut mit dir, Herr. Das Wort er, Phelps. Sch, sch, sch. Sch, 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 sch. Sch, 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 sch. Phelps ist ein von nur zwei zwei LAPD-Officerinnen die den Silber-Star während der Krieg. Du hast wirklich gewonnen, die jäbige Japaner, eh, Phelps? Ich habe mein Bestes, Captain. Warum, Sie war-Hieros immer so modest? Ich habe Partnern, Phelps, mit jeder's favorite Pole, Stefan Bukowski. Ich hoffe, du magst der Arbeit, kid. Bukowski sch. Bukowski sch. Das ist warum wir Partnern, nicht? Okay, okay. Can it, guys. stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. You do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the P.E. Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. P.E. Güterbahnhof Untersuchung. Und neuer Hinweis, verlassenes Fahrzeug. They really pushed you through quick, didn't they? Six years on patrol before I got this desk. You were here in five minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You look like you were a big pain in the neck. Now I have a much love for you. And I think our colleagues, who were there with us, they were not just excited about that we were there. You know this place? Sure. Near the old Gasworks in Signodepot in the warehouse district. I'll direct. Fahrzeug freigeschaltet. 2 von 95. Thank you. Wunderbar. So. Tell me a little about yourself. Any units to handle? Are we friends now? Yukowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. I went to college at Stanford. Did 2 years of ROTC before Reno's C.N.E.S. The pilot. We shipped out early 45, as my first lieutenant. And I fought in the Okinawa campaign. I was wounded. Shook back home. Did you hear on the beat? Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knifed between your teeth. Gun at the ready. You finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the speeds of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Fuck you, Belps. I earned a... All units of 459 just occurred in 6th and Ceres. Any unit to handle? Code 2, identified. Eleven King, go ahead. Oh, they have now talked about the maskier... 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 maskierter... Räuber. I caught sight when he shoved past me. But be careful. I saw him waving a gun. Where is he from? Oh, that's right. Oh, that's right. Oh, that's right. I've got an engine. Whoa, that's right. Where is he from? Oh, that's right. We're going on. Oh, that's right. Fuck. Da flüchtet. Im Zweifelsfall müssen wir den erschießen. Scheiße. Wo ist der hin? Der rennt da vorn. Lauft weg, Leute. Wo ist der hin? Hier rüber, ne? Scheiße. Jawohl. Tja. Hätte man nicht so ne Scheiße gebaut. Ein Kopf an jeder Ecke. Erfolg freigeschaltet. Und wir sind ein Rang auf... ...ein Rang aufgestiegen jetzt. Und wir fahren auch gleich hier zum nächsten Einsatzort. Und dann machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Und dann, äh... Ja, geht's dann auch später wieder weiter. Aber erstmal fahren wir da hin. Und da vorn sind wir ja schon da. Am Bahnhof. Am Güterbahnhof. 11.06. Am Morgen. Am besten. Am Bahnhof. Am Bahnhof direkt vor. Neh, ich muss wieder zurück auf die Arbeit. Die Enteckteine sind jetzt hier. Du, sie sagst ihnen was du mir gesagt hast. Ich habe das richtig gemacht, um das zu kommen. Ich bin nur eine Arbeit. Ich werde ihnen deine Geschichte. Und du wirst dir okay. Gut, speichert und dann geht es dann an der Stelle hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder weiter. Ich mache jetzt eine kurze Pause auch und wir sehen uns dann gleich morgen oder wann auch immer, wenn du wieder reinschaust, wieder. Bis dahin. Tschüss.